Dann gebe ich dir jetzt einen Link zu dem Shop und dann gebe ich dir noch einen Gutscheincode und mit diesem Gutscheincode kannst du dann die Produkte vergünstigt einkaufen. Und wenn die Person dann diesen Gutscheincode anwendet, dann ist er ebenfalls ihnen zugeordnet. Also das ist erstmal das System, über das wir hier reden. Das ist einzigartig und wir bewegen uns in einem Milliardenmarkt. Das muss man mal wirklich so sagen, weil in diesem Feld werden unglaubliche Umsätze gemacht. Das weiß auch letztendlich jeder. Die Frage ist nur, wer stellt sich hier in diesem Bereich wie auf und mit welchen Produkten. Wir haben uns auch auf die Fahne geschrieben, dass die Produkte natürlich auch im Preissegment einem Endkonsumentenbereich gerecht werden müssen. Das heißt, oft ist es ja so in Vertrieben, dass es nur darum geht, Vertriebspartner zu gewinnen. Die finden wieder Vertriebspartner und so weiter. Und das sind am Ende auch die Kunden, die die Produkte kaufen. Wir haben das Ziel, dass wir den viel größeren Markt erreichen wollen, nämlich die Endverbraucher, die Endkunden. Darum geht es letztendlich. Und wenn Sie das mal im Vergleich ins Verhältnis stellen, das ist der viel, viel größere Markt. Nur müssen Sie dafür eben auch Produkte haben, die auch wirklich Bestand haben und eben auch im Preissegment akzeptiert werden. So, das ist das eine. Aber nochmal, im Moment reden wir über eine Pre-Launch-Phase. Und natürlich weiß ich, dass in einer Pre-Launch-Phase auch so ein bisschen, ich sag mal, so ein Pioniergeist dazugehört. Nicht jeder ist dazu bereit. Das ist völlig in Ordnung. Wir geben Ihnen einfach die Möglichkeit, sich jetzt schon zu positionieren. Ob Sie mir das alles glauben, was ich Ihnen sage, weiß ich nicht. Ich stehe hier für jedes Wort, was ich Ihnen sage, höchstpersönlich. Ich bin der Gründer dieses Unternehmens. Wir haben mit meinen Partnern zusammen insgesamt fast zwei Jahre wirklich sehr, sehr hart dafür gearbeitet, das alles auf die Beine zu stellen. Das Online-System, das Sie bereits gesehen haben, das ist auch erstmal in der Pre-Launch-Phase, aber es wird noch sehr viel mehr erweitert. Aber Sie werden festgestellt haben, das sucht seinesgleichen. Das ist ein höchstprofessioneller Auftritt. Und wir haben uns extrem für Mühe gegeben, dass Sie eine Visitenkarte haben dadurch, die Sie weitergeben können und wo man sich nicht verstecken muss. Sondern im Gegenteil, wo man wirklich Lust und Laune verbreiten kann. Weil das haben wir jetzt in den ersten 14 Tagen gesehen. Wir sind seit 14 Tagen am Start. Und was allein in diesen 14 Tagen passiert ist, ist schlichtweg überwältigend. Das kann ich wirklich so sagen. Okay, also wir haben diese Geschenkbox. So sieht sie von außen aus. Das heißt, Sie verkaufen letztendlich keine Produkte, sondern Sie verschenken Produkte. In dieser Geschenkbox sind Produktproben drin. Und ich weiß, ich sage es mal so, ich habe das ganz oft erlebt, dass man dann gesagt hat, naja, interessanter Markt, keine Frage, aber ich brauche das natürlich nicht. Na ja klar, aber wo kommen denn die Milliardenumsätze her? Was wir festgestellt haben, ist, wenn jemand alleine mit diesen Produkten dann beschäftigt ist, dann schaut man schon mal allein aus Neugier nach, wie schmeckt das denn eigentlich? Wie ist die Wirkung und so weiter? Bei den Produkten für die Stimulierung im sexuellen Bereich ist es nicht so, wie bei einem medizinischen Produkt, dass es sofort wirkt. Das muss man auch von vornherein klar sagen. Sondern man muss es längerfristig, mittelfristig nehmen. Aber das Entscheidende ist, dass Sie hier auf natürliche Art und Weise den Zustand herstellen, den wir uns alle wünschen. Ohne Nebenwirkungen, auf natürlicher Basis, mit pflanzlichen Inhaltsstoffen. Das ist einzigartig. Und dazu eben auch den Energieschub. Und da spüren Sie, das ist ja auch in der Geschenkbox mit drin, wenn man das mal verwendet, dann spürt man sehr wohl sehr schnell etwas. Und das heißt, ich habe dann auch einen Sofort-Effekt, was natürlich beim Empfehlungsvermarktungssystem sehr wichtig ist. Dass man irgendwas hat in diesem Paket, was auch schnell wirkt. Und dann haben wir noch etwas Besonderes und das ist absolut hochwertigst, nämlich die Happy Caps haben wir sie genannt. Und das ist der Bereich für das mentale Wohlbefinden. Denn wenn Sie sich jetzt mal den Gesamtzustand vorstellen, Sie sind mental gut drauf, Sie haben Energie, könnten Bäume ausreißen und sind noch langfristig stimuliert mit den Produkten, die wir anbieten für Mann und Frau. Das ist übrigens auch nochmal was Besonderes, Mann und Frau, dann ist das eine einzigartige Situation. Übrigens, Mann und Frau ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir wollten nicht auftreten als ein weiterer Anbieter von, ich sage mal in Anführungszeichen Potenzmittelprodukten für den Mann. Sondern wir haben ein Gesamtsystem für beide, für Mann und Frau. Irgendwie gehören die beiden jetzt zusammen in diesem Zusammenhang und das genau bieten wir eben auch. Und bei der Frau, da habe ich sehr viel drüber gelernt, das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Dafür haben wir aber hier eine Lösung geschaffen, die absolut sensationell ist. Also man wird definitiv mehr Spaß haben bei der Sache und ausprobieren, ist dann letztendlich die Devise. So, Sie wissen, dass wir das alles auf empfehlungsgebende Formaten, das heißt, letztendlich geht es darum, die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda zu nutzen. Das ist der schnellste Weg überhaupt und dann noch im Zeitalter des Internets und deswegen haben wir Ihnen Tools an die Hand gegeben, die genau das möglich machen. Im Zeitalter des Internets eine unglaublich schnelle virale Verbreitung zu ermöglichen. Dafür erhalten Sie eine eigene Webseite, so wie Sie sie hier sehen, die übrigens auf allen mobilen Endgeräten zu sehen ist und die automatisch sogar die Sprache erkennt von dem User, der Sie gerade aufruft. Und wie Sie wissen, stellen wir Ihnen diese Seite insgesamt in zur Zeit 15 Sprachen vor. Später werden das 24 Sprachen sein. Sie können also sofort europaweit agieren, sobald Sie als Partner registriert sind, können Sie im nächsten Moment loslegen, haben Ihren eigenen Link, Ihre eigene Homepage und können Partner gewinnen. Zum Zweiten haben wir das Backoffice, das stelle ich auch nochmal kurz vor gleich, damit Sie alles in der Übersicht haben. Jetzt in der Pre-Launch-Phase geht es nur darum, dass Sie sehen können, wie viele Partner sind dazugekommen. Später werden Sie alles sehen, also zum Beispiel alle Bestellungen, Ihre Partner und Kunden natürlich, Ihre Abrechen und selbstverständlich, das ist für Sie das Wichtigste. Und wir haben aber auch viele Tools vorbereitet für den Bereich Training oder auch zum Beispiel Textvorlagen, das zeige ich Ihnen alles, wie Sie damit umgehen können. Das Highlight, das wir haben, ist sicherlich, das sind die Werbebanner. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass der eine oder andere nicht genau weiß, wie er damit umgehen kann, deswegen heute dieses Webinar, damit ich Ihnen das alles mal zeigen kann. Und wir gehen jetzt mal zusammen rein in das Backoffice, das ist jetzt live im Internet, so sieht diese Startseite aus, nachdem Sie eingeloggt sind als Partner. Und nochmal der Hinweis, hier gleich auf der Startseite finden Sie dann auch Ihren persönlichen Link. Das ist hier nur ein Muster, ist ja klar, aber so sieht er dann aus. Und diesen Link, wenn Sie den weitergeben, dann sorgen Sie dafür, dass alle Partner, die dazukommen, sich unter Ihrer ID eintragen, sprich, das wäre dann Ihre erste Ebene, wie man so schön sagt. So, dann haben wir hier unsere Werbebanner. So, jetzt kommen wir mal zur Praxis. Wenn Sie hier draufklicken, ich kann da mal ganz schnell runterscrollen, insgesamt haben wir 50 Motive vorbereitet für Sie. Sie können sich ein x-beliebiges Motiv, was Ihnen gefällt, aussuchen oder für die entsprechende Zielgruppe, wo Sie meinen, das könnte hier passen. Dann suchen Sie sich ein Motiv aus und können das jetzt im sozialen Medien zum Beispiel posten. Sie sehen immer unter den Bannern unten drunter ein paar Symbole. Hier zum Beispiel Facebook. Also wenn Sie hier draufklicken, dann können Sie das im nächsten Moment auf Ihrem Facebook-Account posten. Um zum Verständnis, wie es genau geht. Also ich klicke jetzt mal hier drauf auf Facebook, bei diesem Motiv, dann öffnet sich ein Fenster. Ich bin jetzt nicht angemeldet bei Facebook. Sie müssen natürlich mit dem gleichen Browser, mit dem Sie gerade in diesem Backoffice sind, im gleichen Browser müssen Sie auch angemeldet sein, schon bei Facebook. Wenn Sie das sind, dann öffnet sich das Fenster hier und dann sehen Sie schon in dem Vorfenster dieses Motiv, was Sie ausgesucht haben. Sie können dann noch einen Text dazu schreiben, falls Sie das noch individuell machen wollen und dann machen Sie einfach auf Absenden und dann geht es schon los. Dann heißt es auch, im nächsten Moment ist das in Ihrem Facebook-Account platziert und wir haben bis jetzt sensationelle Erfahrungen gemacht. Also die Personen, die diese Banner eingesetzt haben, haben eine unglaubliche Resonanz. Wir haben erlebt, dass jemand im Nullkommanichts Partner gewonnen hat, nur durch diesen Banner, den er eingesetzt hat. Also das kann ich nur empfehlen, das auch auszuprobieren.